Unter der Last der vielen Anfragen war das Internetportal der KfW immer wieder zusammengebrochen. 33.000 Eigenheimbesitzer, die eine Solaranlage auf dem Dach und eine Ladestation für das eigene Elektroauto in der Garage installieren wollen, haben den Zuschlag bekommen, teilte die KfW noch in der vergangenen Nacht mit. Wer also eine Förderung von bis zu 10.200 Euro haben wollte, musste schnell sein. Es ging nach dem sogenannten Windhund-Prinzip. Also dass die Fördermittel tatsächlich so schnell ausgeschöpft sind, zeigt natürlich, dass da offensichtlich ein Bedarf getroffen worden ist. Das ist aus unserer Sicht auch gut und vernünftig und ist natürlich nicht nur für den Verbraucher sparsam oder kostensparend, sondern auch im Sinne der dezentralen Stromversorgung. Schade, dass es so schnell vorbei ist, mehr geht immer. Aber für uns ist wichtig, dass man jetzt auch andere Zielgruppen fokussiert als die Eigenheimbesitzer. Diese Eigenheimbesitzer, die nun in den Genuss der Förderung kommen, müssen bereits ein Elektroauto besitzen oder eines verbindlich bestellt haben. Ein Anreiz, sich ein Elektroauto zuzulegen, wurde so also nicht geschaffen. Ja, flankierend muss natürlich der Ausbau der öffentlichen Ladestruktur vorangehen. Und im Grunde genommen, wenn man das Ziel von 15 Millionen E-Fahrzeugen erreichen will, also wirklich eine große Breite, dann muss jeder Haushalt Zugang zu einer Ladesäule haben und das geht dann nur öffentlich. So gab Bundesverkehrsminister Volker Wissing heute Nachmittag in München auch den Startschuss für 8.000 neue Schnellladepunkte an rund 900 Standorten in ganz Deutschland. Außerdem soll auch im kommenden Jahr das Förderprogramm Solarstrom für Elektromobilität nach dem Windhundprinzip erneut durchgeführt werden. Da heißt es dann wohl wieder schnell sein und Glück haben. Wie reformbedürftig der Verkehr grundsätzlich ist, sagen uns täglich die Klimaexperten. Heute besonders hörbar auf dem zweiten Deutschen Klimatag in Berlin. Der Klimawandel werde nach Ansicht von Experten in großen Teilen ungebremst erfolgen. Die Chance, mit relativ wenig Aufwand das Klimasystem zu stabilisieren, sei verpasst. In vielen Städten wird er bereits ausgebremst, aber das ändert nichts daran. Der Verkehr bleibt das Sorgenkind beim Klimaschutz. Sein CO2-Ausstoß müsste bis 2030 eigentlich ständig sinken. In den letzten zwei Jahren ist er aber sogar gestiegen. Experten sagen, der Verkehr könnte bis 2030 42 Millionen Tonnen CO2 zu viel ausstoßen. Mehr Anstrengungen beim Klimaschutz fordern sie hier beim Deutschen Klimatag in Berlin. Von der Bundesregierung zeigen sich viele enttäuscht. Offenbar ist die Ampelregierung oder auch die Grüne Partei so verschreckt von dem, was im letzten Jahr passiert ist mit dem GEG, mit dem Heizungsgesetz, dass jetzt gar kein Klimaschutz mehr gemacht werden soll. Und das können wir nicht zulassen. Deswegen müssen wir weiter Druck machen. Es geht um das neue Klimaschutzgesetz. Bisher muss jeder Bereich sein eigenes Ziel einhalten. Nun soll es möglich werden, dass ein Bereich, der mehr als nötig einspart, einen anderen ausgleicht. Seit Monaten gibt es daran massive Kritik. Die Grünen-Chefin hofft noch auf Änderungen. Es geht ja gar nicht auf, dass jetzt die Landwirtschaft den Verkehr ersetzt, wenn wir am Ende überall klimaneutral werden wollen. Und zweitens, dass die Sektoren, die besonders stark zur Verfehlung beigetragen haben, im Moment wäre das zum Beispiel der Verkehr, dann auch eine besondere Verantwortung haben. Unklar, ob da Verkehrsminister Wissing von der FDP mitmachen wird. Die Union hat eine andere Idee. Wir brauchen eine schnelle, möglichst europäisch abgestimmten Umbau der Lkw. Die können heute alle schon technologisch da klimaneutral fahren. Und das würde sehr viel bringen. Verkehrsminister Wissing dagegen sieht den Verkehrsbereich auf einem guten Weg. Bahn und E-Autos, viele Maßnahmen müssten jetzt ineinander greifen. Zugeschaltet ist Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Herr Wissing, der Verkehr verfehlt die Klimaziele deutlich und bläst Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre. Haben Sie einen Plan dagegen? Ja, wir wollen so schnell wie möglich auf klimaneutrale Antriebe umstellen. Wir brauchen eine Antriebswende. Deswegen tun wir viel. Wir setzen uns für eine Vielfalt klimaneutraler Antriebe ein, bauen Ladeinfrastruktur auf und kommen gut voran. Die Opposition fordert den Lkw-Verkehr europaweit klimaneutraler zu gestalten. Ist das realistisch oder sind wir noch lange nicht so weit? Das ist realistisch, wenn wir technologieneutral vorgehen. Wir müssen eben auf eine Vielfalt von klimaneutralen Antrieben setzen und nicht nur auf einzelne Antriebe. Deswegen kämpfe ich auf europäischer Ebene dafür, dass nicht nur elektrische Antriebe, sondern eben auch Wasserstoff-Brennstoffzelle oder synthetische Kraftstoffe zum Einsatz kommen. Und das schneller als bisher. Grundsätzlich haben Sie ja in Brüssel nicht nur Freunde. Also Sie hatten sich ja sehr für Technologieoffenheit eingesetzt. Könnte es sein, dass Sie da jetzt wieder ausgebremst werden? Es wird heftig gerungen über diese Fragen. Dabei geht es einmal um die Frage, was ist der richtige Weg, um Klimaneutralität zu erreichen. Aber es geht auch um die Frage, welcher Industriestandort hat am Ende die Nase vorn. Und dass man da unterschiedliche Auffassungen auch in Europa hat, ist nicht verwunderlich. Ich vertrete deutsche Interessen. Sie pochen ja in Brüssel darauf, dass auch nach 2035 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zugelassen werden, die mit synthetischen Kraftstoffen oder E-Fuels betankt werden können. Wie können Sie da noch zielführend Ihren Plan verwirklichen, wenn offenbar Brüssel die einst die gegebenen Zusagen zurückzieht? Also Zusagen zurückziehen, das wäre ja etwas Merkwürdiges. Denn das würde die Glaubwürdigkeit auch der Europäischen Kommission erschüttern. Ich habe keinen Grund davon auszugehen, dass dort so etwas geplant ist. Im Übrigen, ich vertrete konsequent die Linie, dass wir alle Formen klimaneutraler Mobilität so schnell wie möglich verfügbar machen müssen. Denn das bringt uns am schnellsten Klimaschutz, ohne dass wir unsere Mobilität und Logistik beeinträchtigen. Also ich weiß nicht, was gegen synthetische Kraftstoffe sprechen sollte. Denn die sind ja klimaneutral. Und wir haben für die Bestandsflotte bei den PKWs ja überhaupt keine Alternative zu dem Einsatz von synthetischen Kraftstoffen, wenn wir auch die klimaneutral nutzen können. Ihr Haus hat einen Topf für die Solarförderung bei einer E-Auto-Nutzung aufgelegt. Nach 24 Stunden war er leer. Wird der neue Topf im kommenden Jahr größer bemessen sein? Zunächst einmal zeigt diese Vorgehensweise, dass wir wirklich technologieneutral sind. Wir fördern auch den Hochlauf der Elektromobilität. Wir sind nicht auf synthetische Kraftstoffe oder Wasserstoff-Brennstoffzelle ausschließlich festgelegt, sondern wir wollen die Vielfalt. Und dieses Förderprogramm, das so schnell ausgebucht war, zeigt ja, dass wir damit genau den Nerv getroffen haben. Das ist das, was die Leute brauchen. Konkrete Angebote und nicht Ideologie. Wir müssen Innovationen voranbringen und nicht Ideologien. Ja, aber bislang profitieren ja nur Eigenheimnutzer. Finden Sie das gerecht? Nein, das ist auch nicht so. Denn wir haben ja eine Vielzahl von Maßnahmen, um Elektromobilität nutzbar zu machen. Wir bauen ein initiales Deutschlandnetz auf, das von jedem genutzt werden kann. Und insofern haben wir eine Vielzahl von Programmen. Es ist für jeden etwas dabei. Denn ich möchte, dass jede und jeder in Deutschland bezahlbar mobil bleibt. Mobilität ist etwas ganz Wichtiges für die Menschen. Und für viele Menschen gibt es auch keine Möglichkeit und auch keinen Grund, auf das Auto verzichten zu wollen. Und deswegen brauchen wir auch hier eine Antwort auf die Frage, wie können Leute beispielsweise im ländlichen Raum mobil sein? Und dieses spezielle Programm, das sich darauf fokussiert hat, dezentrale Energieversorgung mit Solarzellen, mit Zwischenspeicher und Elektromobilität zu verbinden, ist etwas, was ganz offensichtlich von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet wurde. Das sagt Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Dankeschön für das Gespräch.